so hallo ich begrüße euch zu einer weiteren folge was ich euch ja vor ein paar tagen vorgestellt habe und gesagt habe wenn es da level gibt aus der community kann man sich da gerne was anschauen und selbstverständlich hat sich derjenige der mir das ganze projekt überhaupt vorgeschlagen hat auch schon entsprechend gerührt nämlich echo mask und hat gleich mal 123456789 10 von seinen level codes eingesendet also eingesendet im sinne von in die kommentare geschrieben ganz ganz simpel und da gucken wir jetzt mal rein würde ich sagen vorher noch ganz kurz die möglichkeiten seinen charakter zu editieren sind schier unendlich man kann eine flagge auswählen hier übrigens kann man sehr gut flachen lernen hat man ja hier geografie dinks mit flaggen also damit mit flaggen habe ich halt nicht überhaupt nicht gehabt also jetzt länder weiß jetzt einigermaßen wo die sind aber flaggen zu ordnen ist immer noch da habe ich halt auch keine möglichkeit ist so keine so ganz wenig anhaltspunkte also die manche weiß man halt zur türkei und so ne ist klar aber naja jedenfalls ja ich habe natürlich richtige deutsche flagge und dann kann man sich einen hut aussuchen das das ist das hier das einzige was mir einigermaßen gefallen hat ist die bandana vielleicht der halo aber bleiben bei bandana und dann kann man halt alles mögliche einfärben aber da jetzt das perfekte zu finden da habe ich dann ein bisschen rumprobiert und dann will ich doch immer wieder zum ursprung zurückgekehrt insofern ist ja auch egal wie das aussieht so gut was ich jetzt hoffe ist dass es die möglichkeit gibt das wollte ich nicht dass das wollte ich auch nicht dass es die möglichkeit gibt dem kollegen direkt zu folgen noch folge ich niemandem aber es müsste dann funktionieren wenn ich jetzt nach level wie suche ich jetzt nach level das ist jetzt die nächste frage wahrscheinlich gehe ich auf popular und sucht da level name perfekt ach id kann ich kann nach id suchen so oder ich könnte auch nach stealth kit einfach so weil das level heißt stealth kit warum warum schafft es ein ich könnte jetzt gerade schon wieder ausflippen warum schafft es ein kostenloser also aktuell kostenlos klar early access der wird irgendwann mal was kosten wenn die mit allem fertig sind so ist auch völlig gerechtfertigt aber warum schafft es ein kostenloser maker eine bessere suchfunktion zu bieten als der mario maker man kann nicht nur nach der id suchen man kann auch nach dem level name suchen man könnte nach dem maker suchen wie er heißt schauen wir mal ja es gibt nur ein stealth kit von echo mask siehst du genau das meinte ich ich hätte auch nach echo mask praktisch suchen können ich kann auch nach echo mask suchen dann brauche ich nämlich gar nicht alle alle codes da eintippen klar wenn ich einmal beim nintendo einen gefunden habe kann ich dem auch folgen und habe den dann drin so aber ich kann trotzdem nicht nach ihm suchen explizit na ich müsste sozusagen warum oh das hat nicht hingehauen wie muss ich das schreiben ach vielleicht weil das noch eingestellt ist okay habe ich habe ich etwas falsch geht das interessiert mich noch kurz ich weiß ich habe es ja gerade gefunden über stealth kill habe ich es gefunden war das zusammen geschrieben oder ist der groß und kleinschreibung entscheidend da gibt es sind da kein leerzeichen zu machen so und dann haben wir nämlich alle seine level auf einen schlag sie sind es alle die er eingesendet hat als er hat der 10 eingesendet ok dann hat ein paar mehr gebaut er hat ein paar er hat er hat ein paar mehr gebraucht jo du hast jo das hört gar nicht mehr auf du bist du bist ein bisschen aktiv in dem spiel kann das sein das hört gar nicht mehr auf du hast 97 level gebaut ok ich verstehe ok aber dann suche ich mir schon die raus die du mir gesagt hast erstmal wenn das das ist das ist faszinierend so jetzt folge ich dir erstmal kann ich das kann ich kann man hier jemandem folgen aha ich habe es gefunden ich habe es gefunden follow so perfekt 2019 beta participant visual contest winner pop contest wird ja wow ok alles klar clear 2006 ja er hat ein bisschen das spiel gespielt 509 rekorde ok ok gut ist in ordnung ist in ordnung schön dann würde ich sagen wir gehen einfach mal ich gehe es über die namen durch weil namenschreiben ist leichter als äh als code schreiben habe ich so den eindruck oh ich muss aufpassen dass ich ö nicht drücke sobald ich ö hatte hast du irgendwo ein ö in deinen deinen namen drin weil sobald ich ö drücke stoppe ich meine aufnahme das wäre nicht so cool das wäre nicht ganz so smart äh 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 wo ist ich brauche ich muss ich brauche äh da das dann brauche ich nein da gibt es kein ö ok ok gut 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 dann fangen wir mit stealth kit an und gucken mal ich werde wenn ich merke es ist ein bisschen schwierig und so dann werde ich relativ schnell abbrechen und mir lieber das nächste angucken dass wir einiges sehen ne und äh genau dass wir lieber uns mehr angucken als in einem level die ganze zeit zu stecken ah das sieht jetzt schon sehr cool aus ah nice sowas ist cool mit so laser dingern ja dass das level fühle ich jetzt schon pfff oh ich habe glaube ich ein problem da bin ich nicht ganz richtig vorgegangen muss so hin jawoll ok jetzt wird es interessant nice das war nicht so nice ich bin halt auch ungeduldig ne das ist das nächste ding kennt ihr ja von mir und ab dafür ähm oha ah ich muss auf die drauf wahrscheinlich kann das kann man auf den drauf landen und dann hoch got it got it so dann fangen wir mal an hier level zu liken ok bug sehr schön dann ich muss wieder ich brauche wieder ich muss wieder das hier aufmachen na ich brauche den code so äh nicht code sondern golden shower heißt das nächste ah das funktioniert ja fantastisch das funktioniert ja fantastisch so play 17 sekunden ist der rekord das ist halt das was ich meine das ist so schön wenn ihr ah ich verstehe oh ok das ist auch eine coole idee darf nicht zu viel geld sammeln sonst jetzt hier abwärts bisschen geld darf ich sammeln aber gleich ist vorbei ja jetzt darf ich halt noch eine einzige münze sammeln und sonst ist vorbei hehehe ok hier stehe ich safe ah ich muss darüber ok moment ach so ok ja verstanden verstanden ich wollte gerade sagen wie komme ich denn an 51 münzen ran aber dann muss ich auf dem topf stehen und dann läuft der läuft der lachs ok easy first try sehr schön sehr schön schönes level perfekt das macht das auch wieder natürlich rein projekttechnisch ein bisschen schöner als jetzt mario maker videos weil es halt kurze sachen sind das meinte ich mit es geht recht schnell entweder das level läuft oder das level läuft gar nicht und dann bin ich so muss nicht sein ne also das werdet ihr sicherlich auch erleben dass ich irgendwann sage ok level ist mir zu schwierig ich steig aus gerade bei maker gerade bei iwonder kram kann das sehr schnell passieren ach den kenne ich den kenne ich doch ach so ich glaube jetzt raffe ich das erst das ist gar nicht der rekord sondern das ist er hat den rekord aber man sieht nicht was der rekord ist und das ist die zeit die die der spieler selbst geschaffen die der ersteller für das könnte sein dass es die ersteller zeit ist not clear ah ok jetzt klären wir das level erstmal das ist jetzt schon schwierigkeit 2 wir schwimmen eine runde ok ich nehme an da kann ich einfach rein und dann ah ok gut ich muss kurz gucken wo ich landen kann alles easy oh wei dunkelheit jo aber nett dass der mich nicht gekillt hat einfach nur war einfach nur kleiner schreck moment moment ist das nicht die andere jetzt ist er weg das ist ja auch interessant ok was ist da drüben da ist irgendwas ach ne münze kann ich die abschießen oder hätte ich die nicht drücken dürfen ach so das ist einfach nur so ein bisschen adventure like ich glaube die kann man auch gar nicht nicht eins äh ah ja ok jetzt habe ich die münze aber was jetzt ah kann ich jetzt ist jetzt mit der münze irgendwo was freigeschaltet worden ja lol jetzt sind das lauter ziele ah nice 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 ok zack und jetzt können wir sozusagen hier sehen ich habe es geklärt was habe ich was habe ich wieso ach ich spiel das gar nicht ach jetzt kann ich hier die zeit das ist ja nicht der rekord das ist seine das ist die zeit des erstellers kann das sein skip deaths show player ghost playback speed oh ich kann bis zu 4 gehen nice ne das bin ich das ist mein ghost jetzt traf ich das erst ich wollte schon sagen hä ja jetzt ergibt alles sinn ah ok deswegen auch skip deaths man kann seine aaa i see und jetzt kann ich hier den den rekord anschauen oder was ist jetzt aber den muss man ja nicht den muss man auslösen muss man den auslösen ah man muss den nehmen muss ach sonst fällt der vielleicht runter kann das sein dass man den wirklich auslösen muss interesting auf jeden fall interesting ok und dann ist hier sozusagen der der auf dem ersten ok ok ich verstehe grob verstehe ich ich will das jetzt nochmal angucken weil mich das interessiert ob man den auslösen muss das interessiert mich ob man den auslösen muss glaubts irgendwie nicht aber vielleicht schon weil der jetzt runter fällt ah ja moin dann ist der unten also entweder er ist oben oder er ist unten ja die kann ich nicht verhindern da muss ich auf jeden fall durch mhm das ist doof da muss ich auf jeden fall durch ja i see i see i see i see i see ok ich verstehe ok ich verstehe man muss den oben auslösen man muss den oben auslösen man muss den oben auslösen na das war sozusagen gar kein jump scare in dem sinne sondern man muss den auslösen so jetzt muss ich warten damit aber jetzt ist die zeit gleich durch knapp ja okay i see i see i see i see i seeomination die 48 ist schon heavy okay aber interesse halber war mein interesse halber verstehe dann ist das jedoch die bestzeit und die zeit die der ersteller gebraucht hat sieht man gar nicht sehe ich das richtig dann haben wir zumindest eine sache die das die die der major besser macht das sieht man wie lange der ersteller gebraucht hat oder man kann es irgendwo sehen ich weiß nicht aber man sieht dann hier so sagen wer wer der wer auf dem ersten platz ist leaderboard wie aber er müsste dann da nicht rennen was ist dann warum steht damit ich bin auf dem fünften platz da 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 sehe ich mich er selbst ist offen zwar okay also kurat ist wahrscheinlich einfach der der erste platz und er wird dann noch mal hier speziell angezeigt oder steht da immer kurat oder steht da manchmal ein anderer name ich bin lust wahrscheinlich wahrscheinlich heißt es was ganz anders wir gucken uns das mal bei colorblind an dass wir weiter spielen ach nee da steht jetzt okay aber was ist dann das ist der first clear das ergibt viel mehr sinn never mind und dann kann ich trotzdem okay jetzt kann ich allerdings sehen dass echo mask sozusagen als er es gespielt hat langsamer war als jeder jeder bis zum platz fünf rekord okay ich meine man muss ja auch nicht wenn man so man muss es ja nur schaffen aber ich kann sozusagen nicht na klar ist sie meine zeit nicht jetzt ergibt das auch sinn dass ich meine zeit nicht sehen kann es ist natürlich logisch ich sehe nicht die erstellerzeit okay okay dass das okay ich sehe aber aber ich kann den rekord nicht angucken auch das ergibt schon wieder sinn ich kann den rekord nicht angucken und jetzt wird langsam ein schuh draus jetzt wird langsam ein schuh draus auf geht's muss euch wissen wo yellow coins sind ach so ich glaube die hellen es nanny 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 sehe ich irgendwo welches richtig ist ich würde zwar das hellste nehmen pick red die sehen alle gleich die sind alle gleich aus wüsste man anhand der bewegung welcher rot alle anderen waren rot ok war was ok ok wenn wir kurz den rekord angucken am anfang habe ich noch zufällig das richtige da habe ich auch einfach das richtig ich habe aber nicht verstanden warum ich meine ich habe ich das hellste genommen weil das das hat gepackt das ist egal was man nimmt verstehe das ist egal ok verstehe das ist ja voll witzig gemacht großartig großartig ok ich würde sagen ich möchte die videos nicht zu lange machen bei einem maker natürlich gibt es noch viel mehr die er mir geschickt hat aber ich würde mir sowieso jetzt gerne mehr von ihm angucken so lange vor allem von euch nichts kommt schauen uns einfach ein paar echo mask level an das ist das also ist einfach cool das ist cool ich hoffe euch gefällt es auch soll ich mal anfangen mit lasst mir gerne einen daumen hoch wenn euch das gefällt nicht mal ich mag das eigentlich nicht ich bin da nicht so der ich irgendwie weiß ich nicht irgendwie gehört fast mittlerweile dazu dass man es einfach sagt so einfach um leute zu erinnern hey so könnt ihr halt ein feedback da lassen ob euch das video gefällt oder nicht das ist gar nicht weil man das ist halt wirklich nicht weil man will dass das dass man irgendwie likes bekommt sondern weil ich auf die Art und Weise halt ein feedback bekommen ob es euch gefällt oder nicht gefällt es gibt halt immer viel mehr viewer als es dann feedback gibt und dann weiß man nicht die 30 leute die sich nicht gerührt haben hat es denen gefallen oder hat es denen nicht gefallen deswegen liked gerne das video wenn es euch gefallen hat so ich muss es einfach mal dazu sagen weil es hilft mir tatsächlich zu zu begreifen kommt das gut an oder nicht so weil wenn drei leute in die kommentare schreiben von 20 dies gesehen haben freut mich und mache ich auch für die drei leute gerne das weiter aber versteht ihr was ich meine es ist halt einfach ein gutes feedback für den für den ersteller das gilt für alle kanälen okay danke fürs zuschauen und tschüss jetzt Bis zum nächsten Mal.